In der Zeit mache ich mein Abitur, also in der Zeit, wo diese Wiedervereinigung stattgefunden hatte, dann wurde bei uns sehr oft und sehr viel diskutiert. Wir sind auch dann extra auf bestimmte Stelle am Kreistag, neben dem Kreistagkampf, da war gar nichts, sondern nur Parkplätze und da haben wir auch so einen Kreharm und so. Also bevor überhaupt die Mauer, also die Mauer zusammengebrochen war, das war Ruhe dort. Und dort haben wir auch mit den anderen Schülern oder Freunden viel Zeit verbracht, auch über die Schule. Ja und das war sehr aufregend, weil auf einmal Berlin war total von Touristen um uns herum. Touristen, ich weiß nicht, Touristen, ich sag mal Bürger der DDR. Weil vorher, was wir entlang der Mauer kannten, das ist sozusagen, es ist wirklich Humor. Ja, da wies ja keiner hin. Ja, da steht die Mauer ab und zu bei ein paar Wachtürme, wo man rauf, also so ein Gerüst, wo man rauf stehen kann und in Ost-Berlin schauen konnte und auf einmal wurden alle Leute dahin. Wir haben erstmal nur wahrgenommen, was in den Medien war, weil da waren wir auch politisch nicht so richtig interessiert. Also, ja, also, was angefangen hat und dann sagt, okay, hier, der Übergang A, der Übergang B wurde aufgemacht und wurde uns auf einmal wahr, dass diese Mauer nicht mehr existiert. Ja. Und ich war an dem Abend, wo am Glärte Bahnhof, da gab ein Übergang, ja, wo im Fernsehen angekündigt wurde, dass der Übergang aufgemacht wurde. Das ist mein Fahrzeug und ich da hingefahren und sozusagen die Leute, sozusagen über den Übergang, auch die Leute dann gesehen, wie sie dann über diesen Übergang nach West-Berlin gekommen waren. Ja, und da haben wir erstmal wahrgenommen, dass hier schon irgendwas Großes passieren könnte. Ja, wir wohnen ja nicht weit von Glärte Bahnhof, wir wohnen direkt im Tiergarten, an diesem Gefängnis in Morbid. Ja, und da haben wir permanenten Kontakt, weil wenn die Leute über verschiedene Übergänge gehen, dann laufen sie alle zu Fuß und die laufen immer bei uns vorbei. Und wir sehen jeden Tag so Menschen, Menge, also Menge von Menschen, die auf der Straße laufen. Und dann kommen mit den Leuten irgendwie automatisch in Kontakt. Ja, der eine fragt, wo geht der Nachgudarm hin, der andere, wie komme ich zur nächsten U-Bahn, wie kaufe ich mir eine U-Bahn-Karte, ja. Ja, wo finde ich der Laden X, der Laden Y, ja. Aber das intensiv ist das Gefängnis bei uns in Morbid, nämlich der damalige Hohnecker, ja. Der ist dort gelandet und sozusagen, bevor er nach Chile ausreist, er ist da, er muss dort eine gewisse Zeit dort bleiben und unser Boden ist direkt gegenüber. Ja, das war für uns Thema, weil wir haben gehofft, dass Gleiche im Vietnam passieren könnte, dass die Leute dieses autoritäres System entfliegen können. Ja, das, was wir immer gewünscht haben, in Freiheit zu leben, über unser Leben zu bestimmen und auch über unser Leben zu bestimmen, wie wir leben wollen, wie wir die Kinder zur Schule schicken können. Das war eine große Hoffnung, ja. Leider ist diese Hoffnung nicht eingetreten in Vietnam, aber das haben wir sehr oft diskutiert, weil in diesem Zuge kamen auch sehr viele vietnamesische Gasarbeiter in Ost-Berlin nach West-Berlin. Und die haben noch nicht, die haben nicht gewusst, dass es in West-Berlin auch in Namesen gab, damals schon, nur eine kleine Ruppe, aber trotzdem gab es schon. Und ja, und die haben uns, wir haben den Leuten geholfen in der Übersetzung, weil wir hier in West-Berlin doch die deutsche Sprache besser sprechen können, weil diese Betreuung vorher von dieser immer kleinen Ruppen, die Leute können im Vergleich zu den Vietnamesen eben als Gastarbeiter in der DDR, die können kaum Deutsch sprechen. Und sie sind in diesem Zuge nach Berlin gekommen, nach Berlin gekommen und dann in der Hoffnung, dass sie in Berlin-West bleiben konnten. Sie wurden nicht zurück dabei, sie wurden nicht in die DDR oder aus Berlin zurückgegeben. Die Geschichte von der Vietervereinigung ist bei mir auf jeden Fall, erlebe ich sehr intensiv und habe auch sehr wahrgenommen, wie die ganze Veränderung in Berlin war. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018